Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Heute mit einem neuen Mod für eure Oculus Touch Controller. Ich hatte euch ja schon vor kurzem diesen Mod hier gezeigt, die Franken Touch. Und ich mag diesen Mod wirklich richtig gerne, nur leider ein Problem gibt es dabei schon. Und zwar kann man die nicht enger machen oder vielleicht auch ein bisschen lockerer. Es kommt auf eure Hände drauf an, was ihr da benötigt, aber es geht leider mit diesem Mod nicht. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut, was es noch so gibt. Und ich habe folgendes auf Amazon gefunden. Kiwi Design, Oculus Quest und Rift S Touch Controller Knuckle Straps. Das Ganze sieht so aus. Könnt ihr das sehen? Ja, genau so. Kostet bei Amazon.de 15 Euro. Ich habe es mir mal gekauft und das kommt mit Klett daher, dass man das Ganze besser an seiner Hand anpassen kann. Und ich bin mal gespannt, wie gut das wird. Und ich werde es in diesem Video anbringen und für euch austesten. Und damit geht es jetzt los. Herzlich Willkommen nochmal bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und in diesem Kanal geht es um die virtuelle Realität VR. Wenn ihr euch gerade eine Quest oder Rift S gekauft habt oder irgendein anderes VR headset, seid ihr hier genau richtig. Denn hier bekommt ihr Reviews, News, Gameplays und alles, was dazugehört. Also abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt geht es los mit der Installation des Kiwi Design, Oculus Quest und Rift S Touch Controller Knuckle Straps. So, da wollen wir mal schauen, was da drin ist. Höchstwahrscheinlich Kiwi Design Knuckle Straps. Das sind sie also. So, und die bestehen aus zwei Teilen. Die sind mit Klettverschluss miteinander verbunden. Lasst mich das euch mal jetzt zeigen. Ganz genau so. Und ich bin mal gespannt, wie man das Ganze anbringt. Das sollte ja nicht so zu kompliziert sein. Und das werden wir jetzt mal mit dem rechten Controller austesten. Dieses Teil sieht genauso aus, wie das unten, was beim Original Lenya dabei ist. Das heißt, es müsste genau dort reinpassen. Also, wir nehmen uns mal den Controller hier. Machen das Batteriefach auf. Nehmen die Original Handschlaufe raus. Und jetzt trennen wir das. Und das Teil ohne Gummiring, das stecken wir genau dort rein, wo vorher die Schlaufe befestigt war. Die passt nämlich ganz genau da rein. So, wenn wir das gemacht haben, dann tun wir den Batteriedeckel wieder drauf. Jawohl. Passt. Und jetzt nehmen wir das andere Teil. Und hier einmal durch die Schlaufe, durch diese Gummischlaufe, führen wir jetzt das andere Teil und den Controller. So, ganz genau. Wir ziehen das jetzt da hoch, diesen Gummiring, über den Menü-Button. Und das war es tatsächlich schon. Jetzt einfach den Klettverschluss schließen. Und der Oculus Touch Controller ist an der Hand befestigt. Und wie ihr seht, das hält gut. Das Gute ist, dass man jetzt natürlich auch das Ganze anziehen kann oder etwas lösen kann. Kommt komplett auf eure Hand drauf an und wie ihr es gerne mögt. Ja, ich mache es hier ein bisschen fester mal, zum Beispiel. Und ja, es ist einfach jetzt komplett nah an der Hand dran. Vielleicht ein bisschen weniger braucht man. Und das ist eben der Vorteil jetzt, dass man es perfekt einstellen kann. Und ich teste das jetzt mal mit Beatsheber. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Kiwi Knuckle Straps installiert und auch getestet. Und wie ist mein Fazit jetzt? Ich finde sie richtig gut. Ich mag sie. Mag ich sie mehr als die Oculus Franken Touch, die ich hier euch gezeigt habe? Ich muss euch gestehen, ja. Und der Grund ist, dass man eben das hier feststellen kann. Dass man das auf seine Hand anpassen kann. Das ging eben bei den Franken Touch nicht, obwohl die natürlich cool waren. Aber das ist schon besser. Ja, und gefällt mir das auch besser als dieses AMVR Grip, was es ja auch gibt. Muss ich sagen, beim AMVR Grip hat man ja noch hier so ein Extra-Teil, was das Ganze noch rutschfester machen soll. Ich muss allerdings sagen, dass mir der Original-Controller schon so wirklich gut gefällt. Nur, dass das eben das Problem ist, dass man ihn locker mal fallen lassen kann und nicht eben sowas machen kann. Das geht aber hier jetzt schon. Das heißt, wer die Original-Touch-Controller eigentlich super findet oder nicht noch extra so einen Gummi-Grip drauf haben möchte, da ist dieses Kiwi-Design Knuckle-Strap perfekt. Weil ihr noch das Original-Feeling habt von den Oculus-Touch-Controllern, aber eben diesen coolen Strap mit dem Velcro drauf. Also, ja, muss ich sagen, ist jetzt meine Lieblingslösung, was Oculus-Touch-Mods anbelangt. Ich nenne das mal den Kiwi-Mod, weil ich ja Mods mal ganz gerne hier benenne. Und ja, 15 Euro, der Link ist unten in der Beschreibung von Amazon.de. Ich würde sagen, lohnt sich und holt es euch, ist eine geniale Mod-Lösung für eure Oculus-Touch, für die Quest oder für die Rift S. Falls ihr euch diesen Kiwi-Mod zulegen wollt, der Link ist in der Beschreibung und das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über den kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision von Amazon, vielleicht ein paar Cent unter einem Euro auf jeden Fall. Aber ich wäre trotzdem natürlich dankbar, es wäre super nett. Kostet euch keinen Cent extra und ihr supportet noch diesen Kanal. Also, vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich eure Meinung dazu hören. Habt ihr das vielleicht schon? Wenn ja, wie gefällt euch der Kiwi-Mod? Oder wenn nicht, was ist eure Lieblings-Mod-Lösung hier für die Oculus-Touch? Oder findet ihr die Oculus-Touch, brauchen überhaupt kein Mod? Die sind schon so genial, wie sie sind. Bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auf jeden Kommentar. So, das war es für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch und drückt auf das Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Das war es. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.